Wir gucken nämlich jetzt hier den Sattelhub. Ich seh doch. Ich seh doch, ja ich auch. Danach kriege ich ihn. Eis, zieh. Also jetzt bist du aber... Jalla. Jalla, Jalla, Jalla. Jalla, Jalla, Jalla. Ich bin da. Mensch, wow. Da gehen wir rein, die Bücher. Mach mal einen schönen Sprich in die Kamera. Ist ja fürchterlich, Digga. Moin, moin, meine Aktiven. Bist du Fortnite? Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Also, wenn man sich jetzt den Stream anschaut, wie könnte der heißen, sag ich mal? Thomas. Spoiler, Frank. Das ist natürlich der Struggle immer, wenn man sich einen Memes wieder anguckt. Dann wiederholt sich das. Kann ja mal passieren. Ab und an. Kann ja mal passieren. Das sieht doch aus wie so ein Thomas. Dominik darf jetzt nur, und auch ihr gerne, dürften nur mit Ja oder Nein Fragen rausfinden, was es ist. Also Dominik darf zum Beispiel so etwas sagen wie, ist sie jung oder alt? Ja, Moin. Perfekt, Digga. Der Profi. Nochmal unsympathisch. Kevin ist schon international schon sehr hoch angesehen. Ja. Natürlich. Ganz hoch. Ja. Ganz weit oben. Aber optimal, Bro. Spongebob Synchronsprecher ist krass. Ja. Das ist jetzt nicht die Stimme, die ich meine, die ich mir unbedingt aneignen will. Ja. Du Scheiße. Das ist ja wohl ein ganz großer Blitz jetzt hier. Also ich meine, dass die 6,95 kosten. Das meine ich. Ich weiß nicht, was ihr mal gedacht habt jetzt. Wie fährst du mal? Hm, bist du eine Redzone? Fuck, denn mein Kolben aktiviert sich. Omega Lul. So, satter Sohn. Wonach schmeckt der Tisch? Salzig, Alter. Komisch, ey. Klebrig. Also, es ist ein sehr tiefgründiges Thema, okay? Bist du bereit dafür? Nee, ich will es nicht wissen jetzt lieber. Wie sowas ist? Am liebsten spritze ich im Stehen ab. Das heißt, ich stehe immer genau so und spritze in diese Richtung. Oh, gut. Angenommen, du hast gerade wirklich mit der Zunge über den Tisch gedeckt, dann könnte es sein, dass du morgen schwanger bist. So, dann denkst du das. Sie sieben nicht aus dem Sat.1? Ey, ganz ehrlich, ist tatsächlich nicht so schlecht. Ich kann mir vorstellen, es öfter zu spielen, aber ich sage es jetzt im Mute, damit die es nicht hört. Wie findest du das Spiel? Wie ich das Spiel finde? Mhm. Ähm, eigentlich, ich glaube, wenn man zu viertes spielt, ist es übel geil. Könntest du dir das vorstellen, öfters zu spielen? Wer von euch kleinen B**** hat gesnitcht, hä? Ach, warum hättest du dich? Hallo. Hallo. Ähm, nee, warum? Hm, nur so. Interessant. Chat findet die Snitch, findet die Snitch und bang sie. Hast du mich schon mal angelogen? Ja. Ich weiß nicht, ich werde erst mal simpel versuchen, die Trafikreiber zu installieren. Die neuen Trafikreiber. Boah, Bruder, ich hab Die Trafik. Ja, weil die doch so ein tolles Tilt machen. Ach so. Die sind doch für die Tilder auf dem Tiltschirm. Ach so. Deswegen Trafik. Für den für den Tom Puder. Tom Puder, Tom Puder. Neues Louis Vuitton Perfum drauf, Digga. Das riecht so lecker aus. Weiß noch, dass mich alle Winnie Pooh genannt haben? Nee, weiß ich nicht. Echt nicht? Nee, also wann war das? In der Grundschule? Nach Nikos Dream. Warum haben die dich Winnie Pooh genannt? Weil die meinten, irgendwer hatte reingeschrieben, dass ich ihn anschaue wie Winnie Pooh sein Honig. So hab ich geguckt. Aber ich kann dich nicht so anschauen. Wallah, Krise. Ja, wahrscheinlich ist es auch noch genau meine Box. Wem wollt ihr verarschen? Hey, hallo, was passiert hier? Fahr raus. Ja, mach ich doch. Ey, ja. Eine Minute, ja, komm. Boah, ich find's grad gar nicht witzig. Ich find's grad 0,0 witzig. Boah, mein Mate dreht sich schon wieder. Hä? Max, bist du lost? Name passt ja schon mal. Oh, der Ferrari stinkt's auch. Okay. Hätte er jetzt nicht unbedingt sein müssen. Gut, Chad, wir sehen uns am Sonntag. Bleibt gesund, bleibt stabil. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Schlaf gut. Und wir sehen uns. Wann sehen wir uns denn? Ja, am Sonntag. Am Sonntag sehen wir uns. Ganz entspannt. Wir fahren nach Belgien, Digga. Was geht ab? Belgien, seid ihr gut drauf? Belgien, Belgien. Ja. Das Ding ist fried, Digga. Auf dem Weg nach Belgien, geht's mal nach dem Fett und Spock. No, shit, Alter. Pock. Die Jenny Burger Tour. Oh, was ist das für ein Kombi? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Stefan, Alter. 3, 2, 1. Digga, bald bisschen Zuschauer, seit wann? Erstens, ich bin auf Rieskanal zu spielen. Ach so, war Dominik Piorin. Why did you come back no more? That's right. Hey, the road was that? Whoa. Holy shit. Hallo, hallo. Digga, er bedeutet... Ist er dumm? Habst du deine Flix und musst ihn gerade reisen? Alter. Bei Darren ist drauf gef Mich sind scharfen, aber das ist verdammtenhig. Okay. Der Ton ist scharf, aber das Bild ist leise. Warum ist das Bild leise? Mach so. Pass auf, das wird ein easy One-Tap. Schiss. Moin, moin, meine Aktiven. Sohn! Ich rede wirklich leise. Ich schreie nicht rum. Bin ich zu laut? Test, 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 test. Digga, du siehst aus, als wenn du ein Camel-Tor hattest. Cooler Pullover, danke dir. 55.000. Ja, was sollen wir spielen, Chad? Alter, das kannst du nicht mit mir machen, Alter. Das kannst du nicht machen, Alter, wirklich. Nee, das ist nicht witzig. Jetzt müssen wir im Casino Cash machen. Bis zum Casino kein Unfall. Er fährt einfach weiter, Digga. Er scheißt da drauf. Jetzt aber ganz sicher unterwegs hier. Ja! Oh mein Gott! Ach, da haben wir sie! Das hat, also die zwei Szenen... Nein, die zwei Szenen... Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist nichts passiert. Was habe ich gemacht? Ich habe nichts gemacht. Das hat nicht zusammen... Das hat er so geschnitten. Deswegen wollte sie mir das Video nicht zeigen. Aber jetzt einmal kurz zurück, ne? Oh, ist leider der Bildschirm ausgegangen. Ich weiß noch nicht. Nein, ist gar nichts passiert. Eine Sache musst du wissen. Und zwar... Guck mal. Nein, nein. Ich erkläre dir jetzt was. Der Bereich hier, der ist zugeschnitten. Der gehört nicht zu der Szene. Hungriger Hugo, der macht immer solche Zusammenschnitte. Ach nee. Die sind nicht echt. Okay. Und du meinst, ich sollte das einfach abkaufen und sagen... Ja, natürlich. Selbstverständlich sieht es ja genauso aus. Was müssen sie tun, wenn sie bei einer nächtlichen Fahrt auf freier Strecke Ermüdungserscheinungen... Radio einschalten. Ich bin so voll müde. Auf einmal scheißegal. Let's go. Ein Auge fällt schon zu. Egal. Gib ihm böse, Freunde. Digga, was ist das hier? Was ist das? Sie wollen mit einem Automatik-Pkw hydraulischer Wandler. Bin ich Mechaniker geworden oder was, Bruder? Woher soll ich das denn wissen? Sie benötigen mindestens die Fahrerlaubnis der Klasse BE, denke ich, oder? Weil das hört sich so Bonus an. Boah, das weiß ich jetzt nicht, Alter. So ein Bonus. Dann habe ich auch einen Bonus-Führerschein. Kriegst du damit Prozente, oder? Ja. Ach so, nice. Für den jetzt Führerschein. Dann muss ich auch noch mal Anhänger machen für Prozente. Das ist immer so. Wo kriegst du deine günstiger? Überall. Das ist so wie Mastercard. Geht über. Okay. Ich muss den gelben Pkw durchfahren lassen. Ja. Du hast Vorfahrts. Hä? Es sind nur noch 30 Fehlerpunkte. Alles entspannt. NICHT! Schau beim satten Hugo vorbei. Der satte Junge, du. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, dieser Sarre Hugo. Das ist ja Wahnsinn.